So, dann guten Morgen, liebe Trainerkolleginnen, liebe Trainerkollegen. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des dritten BDSL-Online-Kongresses. Damit würde ich dann gerne schon überleiten zu unserem ersten Referenten. Marc Apfel ist heute bekannt. Marc Apfel ist Gründer der Fußballagentur und er hat sich mit dem Thema der Trainer DNA beschäftigt. Es geht darum, wie wir als Trainer eine eigene Idee ausprägeln und entwickeln können. Und Marc, ja, ich gehe direkt wieder zu dir, dass du starten kannst. Viel Spaß und ja, Windschirm frei für dich. Ja, dann vielen lieben Dank, Christoph, für das Intro und die Kurzvorstellung. Wenn wir demnächst mal eine Moderation brauchen, eine Anmoderation für unsere Veranstaltung, bist du auch gebucht. Zunächst mal viele liebe Grüße, auch von mir. Ich sehe schon viele alte Weggefährten. Letztlich ist auch immer wieder schön, ein paar alte Gesichter zu sehen. Auf der anderen Seite natürlich auch einen lieben Gruß an dir, die ich in dem Rahmen noch nicht kennengelernt habe. Ja, wie der Christoph gesagt hat, beschäftigen wir uns mit dem Thema der Trainer DNA. Genau, Ausprägung und Entwicklung der eigenen Spielidee ist jetzt momentan gerade ein recht großes Thema. Wir haben ja jetzt so ein bisschen Zeit, uns auch grundlegendere Gedanken darüber zu machen, über uns als Trainer, über unsere Spielidee. Und dann in dem Zusammenhang natürlich auch, ja, um die Ausprägung und Weiterentwicklung der Spielidee. Ich habe euch das ganze Thema anhand so, ja, verschiedener Bereiche, anhand von verschiedenen Leitfragen so ein bisschen mitgebracht, aufbereitet, vorbereitet. Hintergrund ist, dass die Trainer DNA ja was sehr Individuelles und Subjektives von uns allen ist. Und vor dem Hintergrund ist der heutige Vortrag so ein bisschen auch unter dem, ja, über Thema Impulsvortrag zu sehen. Ganz einfach deshalb, weil natürlich jeder Trainer für sich auch selbst seine eigene Trainer DNA, seinen eigenen Weg finden muss. Wir werden uns heute sehr intensiv aber mit euch als Trainer, als Person auseinandersetzen. Dann werden wir dieses Thema Trainer DNA in vier unterschiedliche Teilbereiche aufgliedern, nämlich eure Fähigkeiten, eure Persönlichkeit, eure Spielphilosophie und euer Trainerprofil. Der Frank hat gestern ja auch schon so ein bisschen über Beziehungen gesprochen. Da werde ich heute auch nochmal so ein bisschen anknüpfen. Dann geht es bei dem Thema Trainer DNA natürlich auch um eure Ansichten, um Einstellungen, um Entwicklungsmöglichkeiten. Und in letzter Instanz natürlich auch den Praxistransfer dann am Ende. Das heißt, die ganz konkrete Planung, Umsetzung und Weiterentwicklung der eigenen Spielidee. Das ist so ein bisschen der Fahrplan für die nächsten 60 Minuten. Und da wollen wir anknüpfen. Der Christoph hat mich schon ganz kurz vorgestellt, nur ganz kurz zu mir. Mein Name ist Marc Apfel, war sechs Jahre im NLZ beim Karlsruher Sportclub, komme hier auch aus dem wunderschönen Karlsruher. War von der U13 über die U14 bis zur U17 für Mannschaften verantwortlich. Habe darüber hinaus bei Regional- und Landesverbänden Lehrgänge geleitet. War danach im Seniorenbereich, in der Ober- und zuletzt in der Landesliga tätig. Und wie der Christoph gesagt hat, darf ich mich seit 2016 Gründer und Geschäftsführer der Fußballagentur schimpfen. Seit Anfang letzten Jahres haben wir ein neues Portal an den Start gebracht. Trainer. Was machen wir bei der Fußballagentur und bei Trainer? Nur ganz kurz. Wir machen eigentlich das, was eigentlich alle Verbände und Institutionen und Organisationen eigentlich jetzt schon gerade durch die Pandemie so ein bisschen vorbereiten. Nämlich, wir haben die erste und einzige staatlich geprüfte und anerkannte Online-Ausbildung für Fußballtrainer ins Leben gerufen und entwickelt. Wie gesagt, das Ganze staatlich geprüft und zertifiziert. Ja, ist ganz einfach so eine kleine Ergänzung zu dem klassischen Weg. Gerade jetzt natürlich auch eine Möglichkeit, sich weiterzubilden. Aber kommen wir zum eigentlich Wichtigen, nämlich zur Ausprägung und Entwicklung der eigenen Spielidee. Nun, wenn man sich mit der Trainer-DNA, mit seiner eigenen Spielidee befasst, dann wird relativ schnell klar, dass es da statische Bereiche gibt und zum anderen auch so ein Stück weit flexible Bereiche. Das heißt also, wir bringen natürlich alle eine gewisse Ansicht, Spielidee und Überzeugung mit. Ja, die ist über die Jahre, über all unsere Erfahrungen gewachsen. Und es gibt aber auch immer wieder Einflüsse, die letztlich dafür verantwortlich sind, dass sich diese Spielidee auch so ein Stück weit verändern kann. Ja, und ja, da dient dieses Schaubild so ein bisschen dazu. Das heißt also zuallererst die Trainer-DNA als zentraler Punkt in der Mitte. Und dann gibt es externe und individuelle Einflüsse, die letztlich auf uns einströmen. Und die sich dann mit der Trainer-DNA, mit uns als Trainer, dann letztlich auch zu einer sogenannten Ausprägung entwickeln. Das ist jetzt alles so ein bisschen abstrakt noch. Ich möchte es anhand konkreter Beispiele letztlich auch konkretisieren. Wenn wir über externe Einflüsse sprechen, dann sprechen wir beispielsweise über Spielertypen. Ja, wenn ich grundsätzlich mal die Spielidee habe, vielleicht eher ein zentrumslastiges Aufbauspiel zu praktizieren. Ich komme jetzt aber in eine neue Mannschaft, in einen neuen Verein. Die haben wahnsinnig gute und schnelle Flügelspieler. Dann wird sich vielleicht meine Spielidee dahingehend so ein Stück weit modifizieren. Genauso im Spiel, beim Ergebnis liege ich in der 85. Minute vorne. Dann muss ich als Trainer natürlich vielleicht auch meine Spielidee in diesem Rahmen dann so ein Stück weit anpassen. Genauso mit Systemen, Grundformationen. Vielleicht habe ich als Trainer auch von meinem Verein verschiedene Vorgaben. Mehr durch die sportliche Situation. Ich bin vielleicht zwei Spieltage vor Schluss. Es geht noch um den Aufstieg und um den Abstieg. Da kann ich vielleicht als Trainer meine eigene Spielidee in der Form gar nicht so immer zu 100 Prozent durchziehen. Also da ist auch so ein Stück weit Flexibilität gefragt. Zum anderen gibt es individuelle Einflüsse, die auf mich als Trainer einströmen. Das ist zum einen das Wissen. Ich eigne mir über die Jahre natürlich einen großen Wissensschatz an. Über Lizenzen, über Fort- und Weiterbildungen, die ich regelmäßig besuche, bekomme ich da jedes Mal auch neuen Input. Über Erfahrungen. Ich glaube, dass Erfahrungswerte auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt ist. Wir können noch so häufig hören, keine Ahnung, ein konkretes Beispiel, Raumdeckung bei Standardsituationen. Ich bin in der neuen Runde, bekomme an den ersten vier Spieltagen fünf Standard-Gegentore und ich spiele Raumdeckung. Dann werde ich mir vielleicht auch meine Gedanken machen und das wird mich prägen in meiner weiteren Trainingsarbeit. Das heißt also da, Erfahrungen spielen da auch eine große Rolle. Genauso Trends, aktuelle Sachen, als ich irgendwann mal angefangen habe, Fußball zu spielen. Da war der Libero eine der wichtigsten Positionen. Dann kam irgendwann die Viererkette, Dreierkette, Fünferkette jetzt. Also da entwickelt sich der Fußball natürlich auch wahnsinnig schnell. Und so kann man auch sehen, dass individuelle Einflüsse, die nur mich betreffen, nur mich als Trainer ganz subjektiv, dass die eben auch da mit in die Trainer-DNA mit einfließen. Und dahingehend dann letztlich münden, wo drin, nämlich in meinen verschiedenen Ausprägungen, in meiner DNA dann. Das bedeutet also, wie ich mich gebe, das zeigt sich logischerweise bei mir im Training, im Spiel, im Umgang, in der Mannschaftsführung, mit der Mannschaft, aber auch mit meinem Staff außenrum, in meinem Verhalten und im Coaching. Also deshalb, die Trainer-DNA ist so ein Stück weit auch die Grundlage von meinem kompletten Auftreten. Und das ist vielleicht mal wichtig, dass man da ja auch so ein bisschen zunächst mal so eine Begriffsherleitung und Definition jetzt einfach geschaffen hat. Was möglich ist oder wozu dient denn überhaupt eine Trainer-DNA? Es geht hier auch ganz klar für uns als Trainer natürlich darum, eine Profilschärfung vorzunehmen. Warum? Machen wir uns als Trainer keine Gedanken darüber, wer wir sind, wie wir spielen, wie wir agieren lassen wollen mit unseren Mannschaften, dann überlassen wir es offen und ehrlich dem Zufall der Zuschauer oder sonst irgendwie, wie wir als Trainer wahrgenommen werden. Und vor dem Hintergrund ist die Profilschärfung für uns als Trainer ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und die zwei prominentesten Beispiele dafür, was man mit einer klaren Definition der eigenen Trainer-DNA auch in seinem Profil erreichen kann, sind sicherlich diese zwei Kandidaten, Jürgen und Pepp. Ja, ich glaube, wenn man an ein aggressives Gegenpressing denkt, dann fällt einem sofort Jürgen Klopp ein mit seinem Tempo-Fußball, der ganz klar für eine Spielidee steht. Und genauso ist es bei Pepp, der sicherlich wie kein anderer für den Ballbesitz-Fußball steht. Jetzt kann man sagen, okay, die haben vielleicht auch das nötige Kleingeld, um sich da den ein oder anderen Spieler zusammenzukaufen. Aber es geht natürlich auch darum, ich darf erinnern, Jürgen hat irgendwann mal in Mainz angefangen. Der ist mit Mainz auch abgestiegen, damals aus der ersten in die zweite Liga. Aber der hat seinen Plan verfolgt. Der hat ein klares Konzept von dem, was er machen will, von dem Fußball, den er spielen lassen möchte. Und den zieht er durch. Und ich glaube, für uns ist es auch ganz wichtig, gerade jetzt in der Pandemie, viele von euch werden jetzt momentan so ein bisschen mehr Zeit haben, leider als ihnen lieb ist, jetzt die Zeit eigentlich zu nutzen, um sein Profil auch so ein bisschen zu überdenken und dieses Profil zu schärfen. Und genau deshalb haben wir uns auch für dieses Thema entschieden, weil ich glaube, es ist eine wirklich sehr, sehr gute Möglichkeit, sich jetzt eben da auch nochmal hinzusetzen und vielleicht auch an seiner eigenen Spielidee noch so ein bisschen zu feilen. Ich habe euch dazu die Trainer-DNA in vier Teilbereiche einfach mal heruntergebrochen, was die Trainer-DNA ausmacht und wie ihr die Trainer-DNA auch so ein bisschen durch diese flexiblen Aspekte so ein bisschen beeinflussen könnt. Wichtig, ich werde euch zu jedem einzelnen Punkt auch viele Details mit an die Hand geben und ich werde euch auch immer Beispiele bringen. Das ganze Thema ist nicht absolut zu sehen, sondern ich werde viele Beispiele bringen und jeder ist da natürlich selbst gefragt, sich die Parameter für sich auch persönlich rauszuziehen, die für einen selbst dann auch passen, weil wie gesagt, wir sind ja glaube ich über 200 Teilnehmer, da ein allgemeingültiges Konzept und Fahrplan zu schnüren ist unmöglich, aber da ist jeder so ein bisschen selbst von euch auch gefragt. Gut, Trainer-DNA, wenn wir uns das anschauen, gliedert sich das Ganze in vier verschiedene Teilbereiche. Zum einen sind es eure Fähigkeiten, die ihr mitbringt, zum anderen eure Persönlichkeit, die da mit reinspielt, als drittes eure Spielphilosophie, wie ihr überhaupt agieren wollt mit eurer Mannschaft und das letzte euer Trainerprofil, also so wie ihr auftreten, so wie ihr wirken wollt. Und diese vier Punkte gehen wir jetzt wie gesagt gemeinsam an. An der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz wichtig, nur weil es ein Ziel kennt, findet den Weg. Also es beginnt immer damit, das Thema sich erstmal Gedanken drüber zu machen, wo ich anfangen möchte, wenn ich jetzt das hier so auch als Weg so ein bisschen hier mit diesen vier Bereichen veranschaulichen, visualisieren möchte. Dann geht es nicht darum, dass man zwingend mit der Fähigkeit anfängt und mit Profil aufhört. Das ist komplett modular aufsetzbar, aber ich denke, dass jeder von euch auch in den vier Bereichen jetzt für sich dann auch was mitnehmen kann, wo er vielleicht sein Profil auch so ein Stück weit schärfen kann. Gut, dann wollen wir mit dem ersten Bereich anfangen, nämlich mit den Fähigkeiten. Ich habe euch da auch nochmal zu einer so ganz kurzen Zusammenfassung, das werdet ihr sicherlich auch noch kennen. Die Fähigkeiten gliedern sich ja in fünf unterschiedliche Teilbereiche. Der erste Teilbereich sind die persönlichen Fähigkeiten, die ich als Trainer mitbringe, sprich der Trainer als Vorbild. Welche Sachen fallen da mit rein? Es ist der Auftritt vor der Mannschaft, der Umgang dann auch mit Erfolg und Misserfolg ganz wichtig. Wir sind als Trainer, haben wir einfach eine exponierte Stellung in unserem Auftreten und die Spieler, das Umfeld, die achten einfach auf uns. Und vor dem Hintergrund ist es wahnsinnig wichtig, dass wir mit unserer Art und Weise eben da auch so ein bisschen einen Leuchtturm, eine Leuchtturmstellung einnehmen und dass wir eben sehr genau beobachtet werden auf Schritt und Tritt. Die Bewältigung, wie gehen wir mit Konflikten um, Verhalten gegenüber Personen innerhalb und außerhalb der Mannschaft, wie gehe ich mit meinem Staff um, mit den Physios, mit den Ärzten, wie ist da meine Kommunikation? Also vor dem Hintergrund da so ein bisschen die persönlichen Fähigkeiten. Und auch der Umgang mit eigenen Fehlern, wie gehe ich damit um? Wir sind alle nicht frei von Fehlern. Kaschiere ich die? Versuche ich die unter den Teppich zu kehren? Und auf der anderen Seite möchte ich von meinen Spielern eine Fehlerkultur etablieren? Dann beißt sich das Ganze so ein bisschen. Also ihr merkt schon, das beruht auf Geben und Nehmen. Und was ich selbst als Trainer in dem Bezug natürlich vorlebe, kann ich dann auch wieder von meinen Spielern einfordern. Zweiter Bereich sind die fachlichen Fähigkeiten. Ich glaube, da sind wir hier jetzt in der Konstellation wahnsinnig gut aufgestellt. Der Trainer als Experte, da geht es um so Themen, das reiße ich ganz kurz an, Trainingssteuerung, Mannschaftsführung, da brauche ich euch jetzt recht wenig dann zu sagen. Kaderplanung spielt da eine wichtige Rolle mit, wie plane ich meinen Kader? Habe ich nur Häuptlinge, habe ich nur Indianer? Ja, ist da eine gewisse Ausgeglichenheit letztlich auch vorhanden? Dann in höheren Ligen dann logischerweise auch Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Wie drehe ich auf? Wie ist meine Wahrnehmung da draußen? Austausch mit dem Staff hatten wir auch schon und natürlich auch mit den sportlich Verantwortlichen. Ja, ich glaube, wir können fachlich noch so gut sein, aber im Endeffekt sind wir immer noch von Mensch zu Mensch, findet eine Kommunikation und Austausch statt. Und ich glaube, gerade zu dem Thema Leadership, ja, die Jungs, glaube ich, der nächste Vortrag ist ja dann vom DFB, die machen da wahnsinnig viel, nehmen das Thema Leadership jetzt immer mehr auch rein, was ich auch sehr begrüße und klasse finde, weil Leadership jetzt auch in der nächsten Zeit, glaube ich, eines der vorrangigsten Themen für uns Trainer werden wird. Ja, weil wir sind irgendwo, stehen wir in der Gesamtverantwortung. Wir müssen viele Bereiche unter einem Hut bekommen. Und da geht es vielleicht nicht immer darum, wer ist vielleicht fachlich der Allerbeste, sondern wer bekommt die Gesamtheit seiner Fähigkeiten am besten gemanagt. Und deshalb ist fachliche Fähigkeit und Kompetenz auch hier nur ein Punkt von insgesamt fünf. Gut. Dritte Fähigkeit sind die methodischen Fähigkeiten der Trainer als Lehrer. Da geht es auch um die Punkte, das kennt ihr ja alles aus den Lizenzen, dann auch individuell, detailreich und abwechslungsreich zu trainieren. Vom Einfachen zum Schweren, vom Simplen zum Komplexen. Ja, am Anfang mal mit reinen Technikformen, dann mit Gegnerdruck, Zeitdruck, muss ich relativ wenig sagen dazu. Ich glaube, das ist jedem auch einleuchten und klar. Ja, organisatorische Fähigkeiten habe ich schon angesprochen. Gerade eben der Trainer wird immer weniger. Also die Arbeit auf dem Platz ist wahnsinnig wichtig, aber das Drumherum wird immer wichtiger. Eben auch die Ansprüche an uns Trainer wachsen immer mehr. Da geht es ganz einfach darum, dass ich die Jungs auch irgendwo mitnehme, dass ich von der Kommunikation auch deutlich offener werde, dass ich Lösungen für Probleme finde. Auch das ist so diese Lösungsorientiertheit. Es gibt ja den Spruch, es gibt Menschen, die finden für jedes Problem eine Lösung und es gibt Menschen, die finden für jede Lösung ein Problem. Gehört ihr bitte zu Ersteren. Und auch wenn die vielleicht Herausforderungen mal etwas größer sind, auch da wird natürlich auf euch geschaut, wie geht ihr mit den einzelnen Situationen um. Dann natürlich hier Gruppenprozesse, Teamgeist, wahnsinnig wichtig. Ja, so eine eingeschworene Einheit zu bilden und natürlich auch die Persönlichkeitsentwicklung. Gut, letzter Punkt in den Bereich Fähigkeiten sind dann die sozialen Kompetenzen, die ich als Trainer mitbringe und da der Trainer als Unterstützer. Das heißt also, ist jedem auch klar, wie die Aufgabenverteilung im Trainer- und Betreuer-Team ist. Kennt da jeder ganz klar wirklich seine Aufgaben? Gebe ich da auch Verantwortungen, Bereiche und Aufgaben ab? Oder bin ich so der Alleinunterhalter bei uns im Verein? Auch da sollte ich mich fragen, gibt es vielleicht Bereiche, wo ich nicht nur Aufgaben, sondern auch Verantwortung abgeben kann, weil wir alle haben 100% Kraft, Energie und Zeit. Und wenn ich diese Energie in 10 Teilaufgaben aufteilen muss, dann habe ich im Durchschnitt 10%, habe ich in letzter Instanz nur 5 Verantwortungsbereiche, habe ich schon mal doppelt so viel Kraft, Zeit und Energie für diese Bereiche. Also dahingehend bin ich auch ein großer Freund von Einfachheit, von Vereinfachung, Zusammenfassungen von Aufgaben und Themenbereichen. Und dann natürlich Ansprechpartner zu sein, auch die Beobachtung, wirklich das gut zu managen, die Spieler zu beobachten, das Training, das Spiel, sich vielleicht auch mal als Trainer bewusst zurückzunehmen, um da so eine Beobachtungs- oder Beobachterrolle dann auch einzunehmen. Gut, das waren eigentlich in dem Zusammenhang nochmal diese Bereiche hier nochmal im Überblick. Das ist der erste große Themenblock von der Trainer-DNA, was euch so ein bisschen ausmacht, was auch für die Entwicklung der eigenen Spielidee eben ausschlaggebend ist. Wie seid ihr in den einzelnen Teilbereichen aufgestellt? Ich denke, ich habe euch zu jedem Bereich da jetzt auch ein paar Beispiele gegeben. Und ja, die Einschätzung obliegt natürlich dann euch, wie ihr in den einzelnen Teilbereichen aufgestellt seid. Gut, kommen wir zum nächsten Bereich, dem Bereich Persönlichkeit. Und auch das habe ich gerade eben schon mal ganz kurz angeführt. Mir geht es jetzt, die Persönlichkeit nicht aus sportpsychologischen Gründen anzugehen und zu erörtern. Das würde den Rahmen sicherlich von gut einer Stunde oder 90 Minuten sprengen. Aber es geht darum, auch hier, welche Stellung ich innerhalb meines Vereins und innerhalb meiner Mannschaft habe. Und wenn wir uns anschauen und mit dem Thema Persönlichkeit als Trainer auseinandersetzen und beschäftigen, dann ist eine Sache, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass wir die für uns auch festhalten. Nämlich, als Trainer haben wir eine herausragende Position und Stellung. Ich habe vorhin den Begriff Leuchtturm dazu verwendet auch. Und ich glaube, dass es das auch wahnsinnig gut beschreibt. Ja, weil wir einfach Orientierung und Fixpunkt sind für unsere Mannschaft, für unsere Spieler, aber auch für die Öffentlichkeit. Je nachdem, wenn ich in den Profiligen arbeite, wir da auch mit einer Fanbase ganz einfach arbeiten, dann bin ich als Trainer irgendwo auch die Galleonsfigur. Und jetzt werden wir von der Persönlichkeitsstruktur, werden extrem extrovertierte Leute dabei sein, aber auch sehr introvertierte. Und was wir einfach bewusst für uns einordnen müssen, ist, wir können uns das nicht aussuchen. Ja, also wir suchen uns nicht raus, ob wir eine herausragende Position einnehmen wollen. In dem Moment, wo wir uns für das Trainer-Dasein entscheiden, entscheiden wir uns auch genau für diese Rolle. Ja, das ist weder positiv noch negativ zu sehen. Das ist einfach so. Es ist nur wichtig, dass wir es immer wieder auch verinnerlichen und uns herbeirufen. Die Persönlichkeit liegt in so einem Spannungsfeld insgesamt. Und wir liegen da in so einem Bereich, die auf der einen Seite so ein bisschen die Autorität in den Mittelpunkt drückt und auf der anderen Seite der Gegenpol, wo wir über Beziehungen sprechen. Ja, Frank hat gestern auch schon über den Beziehungsaufbau so ein bisschen gesprochen. Da möchte ich heute dann gleich mit euch dann auch nochmal kurz anknüpfen. Ich möchte das aber im Transfer zu der Persönlichkeit eben dann auch machen und aufgleisen, weil ihr merkt schon, Persönlichkeit hat eben auch mit dem Miteinander zu tun. Das heißt, nicht nur, wie ich mich selbst sehe in der Eigenwahrnehmung, sondern vor allem auch, wie mich meine Spieler, mein Staff, die Vereinsverantwortlichen wahrnehmen. Und da bedarf es ganz einfach dieser beiden Pole. Und je nachdem, welcher Trainertyp ihr persönlich von eurer Struktur auch seid, der wird vielleicht mehr auf das eine und mehr auf den anderen Bereich Wert legen. Aber da für sich die goldene Mitte zu finden, das ist so der Königsweg dabei. Anfangen wollen wir mit der Autorität. Und da natürlich auch der Frage jetzt, Autorität, das hören wir wahnsinnig häufig. Was ist es überhaupt? Ich habe euch da mal den Wikipedia-Text dazu rausgenommen. Autorität ist im weitesten Sinne das Ansehen, das einer Person zugeschrieben wird und bewirkt, dass sich andere Menschen in ihrem Denken und Handeln nach ihr richten. Auch dort wieder, dass ich also mit gutem Beispiel vorangehe, dass ich nicht Kraft meiner Position eine Leidverantwortung habe, sondern dass ich diese Verantwortung mir auch verdiene. Mit meiner Haltung, mit meinem Auftreten, mit meinem Verhalten. Und jetzt ist es so, dass Autorität tatsächlich eines der am schwersten zu erreichenden Mittel ist. Vor allem nicht die Autorität aus unserer Position heraus, sondern diese intrinsische Autorität, dass ich da eben auch die über eine gewisse Zeit aufbauen kann. Und da gibt es ein Vier-Phasen-Modell. Dieses Vier-Phasen-Modell zum Aufbau der Autorität ist zum einen ein stufenweises Modell. Das heißt also, es wird wahnsinnig schwer sein von dem ersten G, das sind die Grundelemente und dann gibt es insgesamt drei Entwicklungsstufen von Autorität. Ich muss die Autorität wirklich über einen gewissen Zeitraum und stufenweise aufbauen. Es wird also nicht funktionieren, wenn ich übermorgen in die Kabine zu meinen Jungs komme und jetzt da wahnsinnig autoritär bin, sondern das muss ich so ein Stück weit staffeln. Und was ihr jetzt auch in diesem Vier-Phasen-Modell, was ich euch jetzt vorstelle, kennenlernen oder direkt sehen werdet, ist, je größer meine Autorität ist, desto mehr Freiheit und Verantwortung kann ich den Jungs geben und desto mehr Freiheit kann ich letztlich auch abgeben. Hört sich so ein bisschen paradox an, aber auf den zweiten Blick ist das, glaube ich, wahnsinnig einleuchten und logisch, denn wenn ich auch eine starke Autoritätsperson bin, dann braucht es gar nicht so viele Worte, dann braucht es gar nicht so viele Regeln. Das muss ich eher am Anfang klar definieren für mich. Später regeln sich viele Dinge von allein. Also anfangen wollen wir mit den Grundlagen. Was ist da für mich wichtig? Da könnt ihr euch selbst auch mal einschätzen, so ein bisschen, wo steht ihr denn heute mit eurer Autorität? In den Grundlagen geht es erstmal darum, so Interesse, Führungsstärke und Leidenschaft zu zeigen. Wenn ich auf den Platz gehe, habe ich da wirklich Lust? Bin ich da mit Leidenschaft beim Training, beim Coaching dabei? Oder muss man mich da eher so motivieren für irgendwas? Das merken die Spieler natürlich. Dann die Spielerpersönlichkeit und ihr Umfeld kennen. Ich glaube, wir hatten zuletzt mal auf Schalke die Diskussion, wo Vornamen und so weiter verwechselt wurden. Ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig, dann perspektivisch dann eben auch dort eine gewisse Akzeptanz dann letztlich zu haben. Das Selbstvertrauen der Spieler stärken, dass sie einfach merken, dass da jemand ist, der sie unterstützt. Wir hatten vorhin der Trainer als Unterstützer. Auch das spielt eben da weiter mit rein, hier die Spieler in die Verantwortung mit reinzunehmen. Und ganz wichtig, ich glaube, das ist mehr so ein sozial- oder gesellschaftliches Thema, Versprechen halten und damit Vertrauen gewinnen. Wenn ich was sage, wenn ich Ankündigungen mache, wenn ich meinem Spieler was zusichere, dann halte das ein. Mache ich das nicht? Mache ich mich so unglaubwürdig? Und ich glaube, ihr habt das alle schon mal erlebt, auch selbst vielleicht in euren Spielerkarrieren. Wenn einmal dieses Vertrauensverhältnis zu meinem Trainer gestört war oder ist, dann spricht man aus unserer Perspektive ganz häufig, das passt irgendwie nicht zusammen. Trainer und Spieler, das hakt irgendwo. Aber ich glaube, dass wir uns als Trainer da auch immer wieder kritisch selbst hinterfragen sollten. Tun wir auch wirklich alles aus unserer Sicht, aus unserer Perspektive, um die Jungs da auch mitzunehmen, um dieses Vertrauensverhältnis wirklich aufzubauen. Also an der Stelle sicherlich da auch mal sich selbst so ein bisschen zu hinterfragen. Das sind die Grundlagen. Also so baue ich Autorität relativ schnell auf. Das sind einfach, ich würde es aber jetzt mal die Basics nennen. Ich glaube, dass wir an der Stelle auch, dass ihr euch da bei vielen, vielen Punkten schon wiedererkennt und ihr auch gut aufgestellt seid. Bei der Entwicklungsstufe 1 fangen wir jetzt schon an, erste Freiräume zu geben, aber immer noch unterstützend einzuwirken. Vor allem im Spiel auch dann so ein bisschen die Kreativität und Risikobereitschaft, Selbstverständlichkeit zu fördern. Ich fange jetzt so langsam an, gefliegte Konflikte gemeinsam zu lösen. Und da auch als Trainer, wir sind immer geneigt, wir sprechen wahnsinnig viel, geben viel in die Gruppe rein, aber können wir auch mal innehalten und können wir auch mal zuhören. Ganz häufig, wenn wir über Krisen, wenn wir über Probleme innerhalb der Mannschaft, in der Hierarchie sprechen, deuten sich diese Herausforderungen ganz häufig an. Und wenn ich als Trainer gut zuhöre und mich auch so ein bisschen in die Rolle der Spieler hineinversetze, dann tue ich mir sehr, sehr einfach oder deutlich einfacher, da vielleicht auch auf gewisse Dinge zu reagieren. Gut, vierter Punkt, die Spieler und das Umfeld durch Kommunikation mitnehmen. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Und dann auch Regeln und Sanktionen festlegen. Wenn ich ein zahnloser Tiger bin, wenn ich Regeln aufstelle und die permanent nicht eingehalten werden, dann ist es auch wichtig, dass ich vielleicht mir vorab schon über die Sanktionen Gedanken mache. Weil wenn ich immer wieder nach Fehlern oder Regelbrüchen immer wieder individuell entscheiden muss, wie ich diese sanktioniere, dann ist es letztlich so, dass so eine gewisse Individualität und so eine gewisse Nachdenfreiheit da auch reinkommt und bei unseren Spielern steht ganz klar, ich bin ein großer Freund, ich kann nicht alle Spieler über einen Kamm scheren. Aber gerade beim Miteinander gibt es so ein paar Verhaltensregeln, die sind indiskutabel, die sind selbsterklärend, die müssen auch eingehalten werden. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass dafür manche Bereiche auch unisono gleiche Regeln gelten. Gut, das ist die Entwicklungsstufe 1. Zur Entwicklungsstufe 2 dann, was können wir hier machen, um uns dann mehr Autorität aufzubauen? Aufgaben stellen und Verantwortungsbewusstsein fördern. Jetzt gebe ich immer mehr Verantwortung ab. Ich gebe als Trainer jetzt nur noch ein Ziel vor. und den Weg dahin bestimmen eigentlich so meine Spieler oder diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Ich suche jetzt auch immer mehr von mir heraus den Dialog und nehme mein Gegenüber ernst. Ich glaube, das sind Grundvoraussetzungen. Kommunizieren statt diktieren. Also auch dort ganz klar mehr den Austausch, mehr auch Verantwortung abgeben und Leistungs- und Stimmungsschwankungen beachten. Ich weiß, wir sind als Trainer wahnsinnig geneigt, diesen Leistungsgedanken in den Vordergrund zu stellen. Heute haben wir häufig größere Kader. Wir haben alle Positionen doppelt, mitunter dreifach besetzt manchmal. Und da ist es vielleicht schwierig, einem Spieler auch gewisse Schwächenphasen zuzustehen. Aber ich glaube, gerade das macht über Sicht und über eine gewisse Zeit auch so ein Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Spieler eben aus, dass wir als Gemeinschaft funktionieren. Und genauso wie ich als Trainer mal einen guten und schlechten Tag habe, genauso hat es meinen Spieler. Und wenn ich den dann jedes Mal direkt rausnehme, einen anderen dafür spielen lasse und da eigentlich gar kein Vertrauen meinen Spielern entgegenbringe, dann ist es sicherlich auf Sicht hin schwierig, mir Autorität aufzubauen. Und damit meine ich nicht nur bei dem Spieler, den ich rausnehme, sondern unser Verhalten wird ja letztlich immer von der gesamten Mannschaft analysiert und beobachtet. Und da sind wir als Trainer gefragt, vielleicht auch da konsistent zu agieren, unsere Linie zu verfolgen und da auch einen gewissen Vertrauensvorschuss unseren Spielern zu geben. Und zu guter Letzt, die letzte Entwicklungsstufe ist dann sicherlich die herausforderndste, mit überzogenem Selbstvertrauen umgehen können. Wir kennen vielleicht alle die etwas komplizierteren und schwereren Spieler, die sich dann gegebenenfalls dann auch etwas mehr in den Vordergrund drängen. Ich komme vielleicht zu einem neuen Verein, da ist ein Führungsspieler. Wie gehe ich damit um? Da gilt es erstmal so ein bisschen, dass der die Ellenbogen ausfährt und sagt, er ist hier der Platzhirsch. Wie gehe ich damit um? Kann ich das als Trainer ab oder muss ich den gleich in Anführungszeichen rasieren? Ich glaube, dass das eher weniger positiv wahrgenommen wird, auch nicht besonders positiv sich auf meine Autorität auswirkt. Dann eigene Werte vorleben und die Teamwerte respektieren. Also ihr merkt, da habe ich schon die Mannschaft wahnsinnig in den Mittelpunkt genommen, weil wenn ich mich jetzt als Trainer zurücknehmen kann und die Jungs sozusagen schon die Regeln machen, dann muss ich wirklich auch eine starke Autorität mir schon aufgebaut haben in der Zwischenzeit, weil ansonsten wird das nicht funktionieren. Leistungsdruck individuell dosieren, auch das habe ich jetzt im vorangegangenen Punkt schon angesprochen. Und wenn ich dann auch schon länger bei dem Verein und bei der Mannschaft aktiv und tätig bin, dann geht es natürlich auch darum, so private Entwicklungen letztlich mit einfließen zu lassen. Ich kenne die Spieler, ich kenne deren Umfeld. Und wenn man dann punktuell auch über Privates dann eben auch sprechen kann, glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, das Ganze dahingehend zu steuern. Gut, ich würde an der Stelle sagen, dass wir, Christoph, mit deinem Einverständnis vorausgesetzt, dass wir eine ganz kurze Pause machen, in fünf Minuten, und dass wir dann in fünf Minuten um 9.40 Uhr weitermachen. Fantastisch, gut. So, fantastisch. Ich würde sagen, kurze Pause können wir nach und nach weitermachen. Der ein oder andere wird sich gleich wieder einfinden. Ja, aufgehört haben wir mit dem Thema Autorität. Jetzt, wenn wir uns in der Persönlichkeit noch mal intensiver mit dem Beziehungsaufbau befassen, wie gesagt, Frank hat da gestern schon so ein bisschen was gesagt dazu. Ich werde das jetzt einfach noch mal so ein bisschen aufgreifen und dahingehend verbinden. Also es ist so ein bisschen vertiefender dann auch zu der Persönlichkeit zu sehen. Zuallererst ist es mal wichtig, dann auch genauso, wie es wichtig ist für uns als Trainer zu wissen, dass wir eine sehr wichtige Stellung und Position innerhalb unseres Vereins, innerhalb unserer Mannschaft haben. Ist es genauso wichtig zu wissen, auch für uns und uns immer wieder hervorzurufen, dass wir ganz unterschiedliche Rollen als Trainer auch haben. So, und wenn wir uns diese Rollen mal anschauen, dann kann das von Spieler zu Spieler unterschiedlich sein. Ja, wir können mal der Freund sein, wir sind mal der Kritiker, wir sind mal der Motivator, mal die Leitfigur, ein Verantwortlicher. Und ich glaube, die große Herausforderung für uns als Trainer ist es, dass wir all diese verschiedenen Rollen auch gleichzeitig spielen müssen. Ja, stellt euch vor, ihr führt gerade Einzelgespräche mit euren Spielern. Während ich direkt aus einem Gespräch mit meinem Kapitän komme, muss ich dann vielleicht direkt danach mit meinem Ergänzungsspieler spielen, den ich seit drei, vier Wochen vielleicht keine Einsatzminute mehr gegeben habe. Also dahingehend auch diesen Switch immer wieder bei uns im Kopf letztlich erfolgreich stattfinden zu lassen. Das ist wahnsinnig wichtig, auch für uns. Das ist, glaube ich, mit auch eine der größten Herausforderungen für uns als Trainer, dass wir diese vielen verschiedenen Rollen auch spielen können und einfach bei uns auch im Repertoire mit drin haben. Und was dem eigentlich letztlich allen zugrunde liegt und was das Ganze eben auch verbindet, ist eben ganz genau dieser Beziehungsaufbau. Das heißt, diese Fäden, diese unterschiedlichen Rollen, die beziehen sich im Hintergrund dann immer wieder auf den Beziehungsaufbau. Weil ganz klar, wenn ich ein Kritiker zu einem Spieler bin in dem Moment, dann brauche ich eine Beziehung zu ihm. Ja, weil wenn ich keine Beziehung zu ihm habe, dann geht es links rein und rechts raus. Ja, genauso hier eine gewisse Freundschaft, der Freund von einem Spieler zu sein, da braucht es eine innige Beziehung. Und da sich darüber klar auch Gedanken zu machen und sich das bewusst zu machen, ist wahnsinnig wichtig. Und auch dort gibt es ein sehr gutes Modell, ähnlich wie das Vierphasen-Modell bei der Autorität. Da gibt es hier dieses 3V-Modell, wie man als Trainer einen Beziehungsaufbau gestalten und umsetzen kann. Da geht es zum einen um eine gewisse Verbundenheit herzustellen, eine Verlässlichkeit zu erreichen gegenseitig und dann letztlich eben auch Vertrauen aufzubauen. Ich habe euch das auf der nächsten Seite mal ganz kurz auch zusammengefasst. Das heißt also, ihr seht hier, was ist Verbundenheit, was versteht man darunter? Eine hohe emotionale Bindung zwischen Trainer und Spieler, welche durch Respekt und gegenseitige Wertschätzung gekennzeichnet ist. Ja, ich als Trainer agiere ganz häufig als Vorbild, wenn ich mit einer gewissen Verbundenheit meinen Spielern und Respekt gegenüber entgegenbringe. Dann kann ich es auf der anderen Seite auch von meinen Spielern einfordern. Verhalte ich mich aber als Trainer respektlos den Spielern gegenüber, wird es mir logischerweise schwerfallen, das bei meinen Jungs dann oder bei meinen Mädels einzufordern. So, Verlässlichkeit, die Verhaltensebene, welche wechselseitig übereinstimmende Verhaltensweisen einschließt. Das heißt also, genau das, was wir auch bei der Autorität uns erarbeitet haben, gleiche Regeln für alle. Und was für die Spieler gilt, gilt irgendwo für mich als Trainer natürlich auch, weil wir sind alle in der gleichen Mannschaft, wir wollen irgendwo eine Gemeinschaft auch sein und darstellen. Und da gelten einfach Regeln für alle. Und letztlich, auch das glaube ich ein wahnsinnig wichtiges Thema und ganz häufig unterschätzt, diese Komponente des Vertrauens. Weil eine beidseitige Motivation, auf Dauer erfolgreich zusammenzuarbeiten, gerade bei Trainer, die jetzt bei ihren Trainerstationen längerfristig gearbeitet haben bereits, die werden mir zustimmen, dass diese Vertrauensbasis, was ganz häufig gar nicht erklärbar ist oder sichtbar ist, das ist wie so eine Bindung zu den Jungs, die man einfach über eine gewisse Zeit aufgebaut hat. Und vor allem auch so durch schwere Zeiten durchgeht mit den Jungs zu einzelnen Spielern. Das heißt also, beim Misserfolg, vielleicht mal bei einem Abstieg, nach längeren Verletzungen, wie gehe ich mit den jeweiligen Spielern um? Lasse ich die fallen? Melde ich mich da weniger? Oder wie gehe ich mit den Spielern um? Ich glaube, jeder von euch hat Spieler, die melden sich nach Jahren immer wieder gerne bei euch, die sind euch dankbar, weil ihr zu denen einfach dieses, vielleicht unbewusst, wenn ihr es noch nicht gekannt habt, dieses 3V-Modell, aber zu denen ihr genau diese Beziehung eben auch aufgebaut habt. Und wie sowas aussehen kann oder wie die Beziehung dann sich auch entwickelt, das seht ihr auf der nachfolgenden Folie, nämlich im negativen Sinne, wenn ich das nicht berücksichtige, wenn ich mich da nicht dran halte an diese Punkte, dann pflege ich eher ein distanziertes, unverbindliches Verhältnis zu meinem Umfeld und ich wirke nicht ergänzend. Nicht ergänzend bedeutet so viel wie, wenn einer einen Fehler macht, mache ich das Wett, gleiche ich das aus. Auf der anderen Seite im positiven Sinn, ich bin ergänzend. Ich weiß ganz genau, bei mir im Staff, mein Co-Trainer hat die und die Stärken und die und die Schwächen und ich genauso. Und im Optimalfall ist es so, dass sich das ergänzt. Und genauso ist es bei einer Mannschaft, genauso ist es bei Spielern. Ich erwarte von meinen Spielern, ich bin nicht allwissend als Trainer, aber ich erwarte von meinen Spielern, dass sie vielleicht Entscheidungen, falsche Entscheidungen von mir im Spiel dann auch ein Stück weit korrigieren können. Ich bin auf deren Hilfe angewiesen und das fordere ich ein. Und wenn ich eine gute Beziehung zu meinen Spielern habe, dann sind sie auch viel eher bereit, mir A-Fehler einzugestehen, zu vergeben und mich dann auch wieder selbst zu unterstützen auf dem Platz und auch außerhalb. Es gibt auch Diskussionen, Ergänzungsspieler sind dann immer so glücklich, sehen die uns eher kritisch. Und wenn ich da ein paar Fürsprecher habe, ich glaube, das erleichtert mir das Leben als Trainer ungemein. Und natürlich auch so eine enge und verbundene Art und Weise der Zusammenarbeit. Strategien, wie man diese Beziehung aufbauen kann, auch nochmal hier ganz kurz zusammengeführt. Befasst auf einen Blick, je nachdem, was für euch da am relevantesten ist, wie man relativ schnell und gut Beziehungen aufbauen kann durch Konfliktmanagement. Wie gehe ich damit um? Spreche ich die Dinge an? Kehre ich sie unter den Teppich? Gehe ich mit einer gewissen Offenheit an die Themen heran? Welche Prinzipien gelten für mich, aber auch für die Spieler? Gebe ich den Spielern eine gewisse Sicherheit auch, Fehler zu machen, eine gewisse Risikobereitschaft auf dem Platz darzulegen? Gibt es gegenseitige Unterstützung? Und dann natürlich auch, wenn ich die Jungs besser kenne, deren sozialen Umfeld. Wer im Jugendbereich tätig ist, die Eltern sind da einfach noch einfach so wichtige Faktoren mit drin. Junge Erwachsene dann eben auch. Oder dann, wenn sie älter werden, die Frau, die Kinder, die mit einzubeziehen. Ist auch wahnsinnig wichtig, auf einer privaten und persönlichen Ebene einfach diese Beziehung aufzubauen. Weil wie gesagt, Beziehungen sind immer, ist immer ein Miteinander von Mensch zu Mensch. Gut, das wäre der zweite Bereich gewesen. Kommen wir jetzt zur Philosophie, zur Spielphilosophie. Spielphilosophie. Wenn wir über die Spielphilosophie sprechen, ist das natürlich so mit das Langfristigste. Ihr kennt, glaube ich, auch diese Pyramide hier. Angefangen von ganz kurzfristigen Planungen, die wir als Trainer haben. Tages, Wochen, Monats- und Saisonplanung. Und der langfristigste Ansatz von uns als Trainer ist natürlich die zugrunde liegende Spielphilosophie. Also wie denke ich, wie möchte ich spielen, wie möchte ich agieren lassen? Und dass wir da vielleicht auch nochmal alle vom Gleichen sprechen. Weil insgesamt unter auch Trainer-DNA und Spielphilosophie, da kann man alles verstehen und auf der anderen Seite auch wieder nichts. Deshalb auch hier vielleicht nochmal zur Konkretisierung. Eine Spielphilosophie ist die Art und Weise, wie ein Trainer seine Mannschaft spielen und agieren lässt. Das ist jetzt mal ganz unabhängig davon, von irgendwelchen Ergebnissen, Alters- oder Leistungsklassen. Sie ist demnach eine übergeordnete Strategie, nach welchen Prinzipien ein Trainer denkt und handelt. Eine Spielphilosophie ist zusammengefasst ein langfristiges Konzept, haben wir gerade eben gesehen. Das langfristigste, welches wir als Trainer haben. Es ist der Leitgedanke eines Trainers, Vereins oder Verbands. Auch das, es ist auch der ein oder andere, der in der sportlichen Leitung aktiv ist dabei, habe ich gesehen. Hat der Verein eine solche Spielidee? Hat der Verein eine solche Spielphilosophie? Und ich bin ein großer Freund davon, das auch wirklich Personen unbezogen zu machen. In vielen NLZs nehme ich das sehr, sehr positiv wahr, weil wir als Trainer sind natürlich eine Person mit, eine der wichtigsten Personen, gar keine Frage. Aber wenn ich als Verein mir permanent neue Trainer irgendwo hole, mit unterschiedlichen Ansätzen, mit unterschiedlichen Spielphilosophien, konkretes Beispiel wieder zu unseren zwei Prominenten am Anfang, wenn ich Ballbesitzfußball spielen möchte, dann werde ich eher weniger Jürgen Klopp verpflichten. Da weiß ich, was ich bekomme. Auch dort wieder für euch, habt ihr für euch ein klares Profil. Jetzt ist unser Ziel nicht, ein weltbekannter Trainer zu werden, der jetzt bei Liverpool ist oder vielleicht doch, aber es wird den allermeisten verwehrt bleiben. Aber ich kann sehr wohl in meiner Region, in meinem Umfeld für eine bestimmte Art und Weise des Fußballs stehen, dass meine Mannschaft einfach eine erkennbare Handschrift haben. Ja, natürlich fließen da, ich habe vorhin gesagt, Spielerposition, welches Spielermaterial habe ich zur Verfügung. Aber gerade wenn ich mittel- und langfristig bei einem Verein tätig bin, dann sollte man es, wie gesagt, nicht dem Zufall überlassen und nach dem Spielermaterial agieren, sondern sich da schon sehr genau und bewusst Gedanken darüber machen. Die Spielidee ist individuell und persönlich, auch das ist wichtig. Es fließen so viele Dinge von euch mit ein. Wenn ich einfach für eine bestimmte Art und Weise des Fußballs stehe und den attraktiv finde und den spielen lassen möchte, dann wird es mir schwerfallen, jetzt von Ballbesitzfußball auf Tempogegenstöße permanent zu wechseln und zu switchen. Ja, also da gibt es ganz einfach verschiedene Präferenzen, die wir als Trainer haben. Aber es fängt dort auch wieder an, sich zunächst mal Gedanken darüber zu machen. Was ist denn mein Fußball? Wer bin ich denn überhaupt? Und, und das ist auch ganz wichtig, weil ich das auch häufig bei unseren Vorträgen, Events und Aus- und Weiterbildungen höre, eine Spielphilosophie ist niemals ein Dogma. Ja, das ist niemals in Stein gemeißelt, sondern diese Spielidee, die ist veränder- und entwickelbar. Mit jedem neuen Input, mit neuen Trends. Und da kann ich euch einfach nur ermutigen, es wird, ihr werdet bei jedem Spielsystem, bei jeder Spielphilosophie werdet ihr vor Problemen und Herausforderungen gestellt. Sei es während der Saison, sei es durch Wechsel bei euch im Kader. Und dann gilt es sich auch immer wieder so ein Stück weit neu zu erfinden. Ja, und ich glaube, dass das wahnsinnig wichtig ist, dass man das nicht dogmatisch einmal für sich festlegt und dann nie mehr davon abrückt, sondern das ist ein flexibles Modell. Was mir persönlich in der Vergangenheit gut dabei geholfen hat, ist dieses, auch hier wieder dieses Vier-Phasen-Modell. Auch das werden die allermeisten kennen. Also, wo ich ganz einfach, warum benutze ich das sehr, sehr gerne, das zeigt sich auf der nächsten Folie, weil ich in diesen Quadranten arbeiten kann. Das bedeutet also, ich habe auf der einen Seite einen geordneten Quadranten, auf der anderen Seite demgegenüber einen ungeordneten und ich habe die Quadranten reagieren und agieren. So, und wenn ich mir diese vier Bereiche auf der vorderen Folie jetzt nochmal zu Gemüte führe, dann kann ich das relativ schnell einordnen. Nämlich, wenn der Gegner in Ballbesitz ist und einen Abstoß hat oder sonst irgendwas, dann habe ich eine geordnete Struktur mit meiner Mannschaft in meiner Spielphilosophie, aber ich bin dadurch, dass der Gegner im Ballbesitz ist, in einer reagierenden Rolle. Jetzt kann man sagen, okay, ich kann den Angriff des Gegners lenken, aber dennoch muss ich als Mannschaft erstmal reagieren. Genauso ist es, wenn ich selbst im Ballbesitz bin, wir haben Anspiel, Anstoß oder sonst irgendwas, da ist alles geordnet und ich kann agieren, ich kann bestimmen, wie das abzulaufen hat. Und dahingehend vielleicht an jeden Einzelnen mal die Frage, genauso ist es dann beim ungeordneten Ballverlust, da muss ich sofort wieder, ich bin ungeordnet und ich muss reagieren. Hat jeder von uns, hat jeder von euch eine klare Vorstellung, eine klare Idee, was passiert, wenn ich eine Balleroberung habe im Mittelfeld, was macht mein Spieler zuerst? Und wo geht der Blick hin? Was ist die erste Anspielstation? Und nicht nur weiß ich das, ist das für mich als Trainer klar, sondern wissen das auch meine Spieler? Ist das denen bewusst, was sie nach einer Balleroberung, wo der Blick zuerst hingehen soll? Auch dahingehend, sich immer wieder selbst zu hinterfragen, ist es schon. Ich habe euch einfach mal exemplarische Prinzipien mitgebracht, wie gesagt, Impulsvortrag. Das eine kann für den einen zu 100% passen, für den nächsten wieder nicht. Ich glaube, da ist jetzt wichtig, dass jeder für sich auch so diese einzelnen Punkte mitnimmt, die für ihn auch wichtig sind. Bei eigenem Ballbesitz exemplarische Prinzipien, Überzahl in Ballnähe herzustellen, gewünschtes Freilaufverhalten von meinen Spielern in der Umgebung, die Besetzung verschiedener Räume. Wenn ich jetzt ganz einfach weiß, ich habe einen Abstoß, da kann ich auch ganz klar vorher definieren mit meinen Spielern, welche Räume will ich besetzt lassen und welche Räume will ich auch freilassen, damit ich dort vielleicht mit einem Pass in die Tiefe auch Tempo aufnehmen kann. Abstände zwischen den Spielern, das kann ich sehr gut definieren für mich. Geduld aufbringen, wenn ich vielleicht dann auch mal den Ball in der Vierer-Dreierkette beim Spielaufbau laufen lassen muss und auf Fehler oder Verschieben des Gegners warten muss und das Spieltempo variieren. Auch das ist, glaube ich, eine wahnsinnig wichtige Komponente, die man als Trainer einfließen lassen kann. Bei Ballverlust, Spielsituation schnellstmöglich erkennen. Wie kann ich daraus Kapital schlagen? Das eigene Tor erstmal zu sichern, kann sicherlich hier ein Ziel sein. Die Deckung fixieren und da sowohl personenbezogen als auch raumbezogen. Das heißt, wann will ich, dass meine eigenen Spieler nach Ballverlust Raumdeckung und Wann-Mann-Deckung machen? In welcher Zone des Spiels möchte ich vielleicht gar nicht so sehr auf die Deckung gehen, sondern möchte ich eher Passwege dann in dem Moment zustellen? Und kann auch ein Ziel sein, möglichst schnell in eine defensive Ordnung letztlich auch wieder gelangen. Das heißt, möglichst schnell möglichst viele Spieler hinter den Ball zu bekommen. Bei gegnerischem Ballbesitz, was können da exemplarische Prinzipien sein, die ich für mich und für meine Mannschaft zugrunde legen kann? Spielaufbau des Gegners lenken. Wo möchte ich? Gegner hat Abstoß. Wo möchte ich das Spiel hin lenken? Analysiere ich im Spiel Schwächen des Gegners? Ja, ist der zentrale Innenverteidiger vielleicht nicht so spielstark wie die zwei Äußeren? Dann macht es vielleicht eher Sinn, den Spielaufbau über ihn lenken zu lassen. Wo sind Stärken? Wo sind Schwächen? Erkenne ich das als Trainer überhaupt im Spiel? Und das ist übrigens auch, ich weiß nicht, wie groß dann jeweils eure Trainerteams sind, aber das sind wahnsinnig gute Möglichkeiten, dass ich das auch an meinen Staff, an meine Co-Trainer gebe, dass ich ganz konkrete Aufgabenverteilungen letztlich habe. Wer analysiert denn was vom Gegner? Ja, auch da vielleicht sich nochmal jetzt Gedanken machen, gerade in dieser Zeit, wo wir uns über solche Dinge Gedanken machen können. Wer beobachtet was? Ganz häufig im Trainerteam sehe ich, jeder schaut sich alles an und dann spricht man auf dem Weg in die Halbzeit, in die Kabine, guckt jeder sich alles an und letztlich, das ist genauso wie bei der Profilierung oder bei der Positionierung, stehe ich für alles, stehe ich am Ende für gar nichts. Und so ist es auch bei der Beobachtung. Beobachte ich alles, sehe ich am Ende sehr, sehr wenig. Ich sehe zwar von allem ein bisschen, aber von nichts wirklich in der Tiefe. Ich als Cheftrainer kann so den allgemeinen Überblick haben, aber gerade wenn ich im Staff dann mit Co-Trainern arbeite, ist das eine wahnsinnig gute Möglichkeit, die dann eben auch einzubeziehen. Den Ballführenden attackieren, ganz klar in den gewünschten Zonen, ja, habe ich für mich Pressingzonen festgelegt, möchte ich Räume verdichten, möchte ich Räume freilassen, auch da wieder Passwege zustellen, Rückpässe erzwingen, je nachdem welches Spielprinzip ihr für euch verfolgt, ja, da einfach eure Prinzipien rausziehen. Und das Letzte dann, die Balleroberung, Spielsituationen schnellstmöglich erkennen, ja, vielleicht eine Direktheit im Passspiel. Übe ich das denn auch im Training? Balleroberung, erster Ball nach vorne in eine Schnittstelle rein, möglichst direktes Spiel dann auch. Auch das sind einfach Themen, die ich trainieren kann, sehr, sehr gut sogar. Den Abschluss zu suchen, ja, das Ziel kann von uns sein, nach einer Balleroberung in der gegnerischen Spielhälfte kann ein ganz klares Ziel sein, zum Abschluss zu kommen, immer zum Abschluss zu kommen, auch wenn es mal vielleicht aus der Distanz ist. Nachrücken, Optionen bieten, ja, die Räume verdichten dann wieder, alles Möglichkeiten, einfach nur mal so ein paar Ideen für euch, wo ihr euch das Entsprechende rausziehen könnt. Und, ich habe es gesagt, die Spielphilosophie ist kein statisches Konstrukt, sondern es geht darum, eine Spielphilosophie einmal zu entwickeln, es auszutesten mit meiner Mannschaft, dann daraus wieder zu lernen, und es ist ein ewiger Kreislauf, ja. Entwickeln, testen, lernen, entwickeln, testen, lernen. Es geht immer darum, sich als Trainer auch neu zu erfinden und für Herausforderungen, wenn sich ein Gegner gut einstellt, auf unser Spiel geht es darum, neue Lösungen zu finden. Natürlich sind wir da auf die Jungs auf dem grünen Rasen angewiesen, aber ich als Trainer habe da schon, glaube ich, sehr, sehr gute Einflussmöglichkeiten. Und die sollten wir bestmöglich nutzen. Gut, zu guter Letzt kommen wir zum letzten Punkt der Trainer-DNA, nämlich zu dem Profil. Und wenn wir uns das Profil anschauen, auch das vielleicht erst mal so ein bisschen abstrakt, woraus besteht denn unser Profil? Also, wie werde ich überhaupt wahrgenommen? Wie trete ich auf? Wie ist meine Außendarstellung und Außenwirkung? Da gibt es eigentlich drei Bereiche. Das sind einmal die Merkmale, die mich auszeichnen, einmal die Führung, ja, wie ich auftrete, und einmal dann meine Kompetenz, ja, also mein Verhalten dann auch miteinander. Und ihr merkt schon, bei dieser Trainer-DNA, diese vier Bereiche sind zwar so ein bisschen getrennt voneinander zu beurteilen, zahlen aber alle wieder aufeinander ein. Und das ist das Tolle und Spannende. Das heißt, wenn ich mich in einem Bereich entwickle und mir da auch ganz häufig einfach mal Gedanken mache, dann steigt auch automatisch meine Kompetenz und meine Expertise in den anderen Bereichen automatisch mit. Und unser Ziel ist es oder das Ziel von dem Vortrag heute ist sicherlich, euch einfach mal so ein paar Impulse und Ideen mitzugeben. Ihr werdet Bereiche jetzt gehört haben oder jetzt auch noch hören, wo ihr wahnsinnig weit seid. Ihr werdet aber vielleicht auch so den ein oder anderen blinden Fleck gesehen haben, wo ihr sagt, Mensch, ja, habe ich mich mal vor Monaten oder Jahren damit befasst und seitdem eigentlich nicht mehr. Wollen wir das Ganze auch hier wieder konkretisieren. Wir fangen mal mit dem Auftreten, mit den Merkmalen an. Auftreten erreichst du mit deiner Art und Weise deine Mannschaft. Wir haben über Autorität gesprochen, über Selbstvertrauen, über konsequentes Handeln. Wenn ich vom Auftreten her, wenn ich da so wahnsinnig introvertiert, schüchtern bin, schaffe ich es da überhaupt, meine Jungs zu motivieren und mitzunehmen? Eher nicht. Und auf der anderen Seite dann eben die Geduld, Empathie und Emotionen. Wie interagiere ich auch mit meinen Jungs? Dann neben dem Auftreten wieder eine wichtige Sache, das Erscheinungsbild. Wie dreht dich überhaupt als Trainer auf? Gibst du dich auch wie ein Fußballtrainer? Hört sich jetzt auf den ersten Blick jetzt so ein bisschen verwunderlich an. Aber wie ist denn meine Ausdrucksweise, meine Mimik, meine Gestik während Ansprachen? Wir machen uns wahnsinnig viele Gedanken, über Ansprachen, was ich sage. Bei unseren Spielern bleibt aber das gesprochene Wort zu noch nicht mal 10% hängen, sondern vielmehr, wie wir es sagen, wie wir auftreten, wie unsere Mimik und Gestik ist. Und wenn wir uns mal anschauen, wie gesagt, wie viele Gedanken wir uns über das Was machen und wie wenig davon hängen bleibt und uns wahnsinnige Gedanken, wie wir es sagen und wie viel davon hängen bleibt, dann sehen wir dort eine Diskrepanz bei uns. Und zu guter Letzt dann eben auch das Thema Persönlichkeit, was da eben auch ein Unterbereich ist. Bist du als Trainer ein Vorbild für deine Spieler? Zuverlässigkeit, Selbstdisziplin, auch Konflikt- und Kritikfähigkeit. Auch das hatten wir schon in den vorangegangenen Punkten. Wie gesagt, zahlt hier dann wieder auch drauf ein. Zweiter Punkt, Führung. Wie ist mein Ausdruck letztlich? Wirkst du als Trainer positiv und euphorisch auf dein Umfeld? Mit meiner Stimme, der Körpersprache, meiner Verhaltensweise? Wie gehe ich auf den Platz? Wie coache ich im Training, im Spiel? Bringe ich da so eine Energie mit? Oder bin ich eher gelangweilt und lasse es halt über mich ergehen? Das ist sehr, sehr wichtig. Dann als nächstes das Thema Vermittlung. Gelingt es, dir deine Spieler zu erreichen und zu motivieren? Da geht es ums Auftreten, um die Rhetorik, um Formulierungen. Habe ich eine extrem überzogene Fachsprache, die ich vielleicht verwende? Oder kann ich das auch gut vermitteln? Ja, es geht nicht nur darum, ich glaube, da stimmt ihr mir zu, es geht nicht darum, sich alles Wissen dieser Welt im Bereich Fußball anzueignen. Darum geht es nicht, sondern es geht immer wieder darum, wie viel Wissen schaffe ich überhaupt zu transportieren und an meine Spieler zu vermitteln. Da geht es weniger darum, wie viel ich weiß, sondern wie viel ich vermittelt bekomme. So, und der letzte Punkt ist das Thema Vision. Schaffst du es, deine Ziele klar zu formulieren und zu vermitteln? Das heißt, wissen meine Spieler auch, wo ich mit ihnen hin möchte, was ich mit ihnen erreichen möchte, sowohl mannschaftsspezifisch, gruppenspezifisch, als auch individualspezifisch? Ja, ganz klar hier, Klarheit in den Formulierungen, Ambitioniertheit, die Ziele müssen irgendwo einen Ehrgeiz bei den Jungs wecken und eine Überzeugung, ja, dass ich da auch vorne wegmarschiere. Und zu guter Letzt dann die Kompetenz. Das heißt also, welche Kompetenzen zeichnen dich als Trainer überhaupt aus? Zum einen ist es die Führungskompetenz, die da so ein bisschen stellvertretend dafür steht. Das heißt also, die Fähigkeit, Ziele festzulegen und das Verhalten anderer Menschen zu beeinflussen und zu führen, ja, um dann auch die gewünschten Resultate zu erreichen. Das ist so die Führungskompetenz, die wir zum einen mitbringen sollten. Als nächstes die Handlungskompetenz, also dann ganz einfach selbstsicher, durchdacht und empathisch aufzutreten und dann auch wirklich mich verantwortlich für mein eigenes Verhalten zu zeigen. Und zu guter Letzt die Entscheidungskompetenz. Ja, wie treffe ich überhaupt Entscheidungen? Treffe ich die bewusst? Treffe ich die eher unbewusst? Und ich glaube, das ist eigentlich zum Abschluss auch nochmal ein ganz guter Brückenschlag. Entscheidungen bewusst treffen ist, glaube ich, für uns maßgeblich als Trainer. Und auch dahingehend die Entscheidung bewusst zu treffen, sich basierend auf seiner oder ausgehend von der eigenen Trainer-DNA, von der Sicht und Denkweise eine Spielphilosophie zu entwickeln, diese eben ganz konkret auszugestalten, Ich glaube, das ist die erste wichtige Entscheidung, die man überhaupt treffen muss. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, oder da habe ich euch jetzt vielleicht dann auch so ein paar erste Ansätze und Impulse da mitgeben können. Wie gesagt, viele Dinge oder nahezu alles ist eigentlich hier Wiederholung, aber da auch wieder komprimiert, auf das Wichtigste zusammengefasst. Da war jetzt nichts komplett Neues dabei, sondern wirklich so alles gebündelt und auf das Thema Spielphilosophie eben heruntergebrochen. Am Ende nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, bevor wir dann zu der Fragerunde kommen. Erste Sache, jeder Trainer hat eine Spielphilosophie, ob bewusst oder unbewusst. Also jeder Trainer, der sich auch weniger Gedanken darüber macht, wie seine Mannschaft spielen und agieren soll, der hat auch eine Spielphilosophie, nur die ist eben nicht definiert. Aber eine Spielphilosophie ist irgendwo auch immer das, was Zuschauer, was unbeteiligte Dritte über uns als Trainer und über unsere Mannschaft denken. Und wenn ich das natürlich dem Zufall überlasse, dann ist es eigentlich meine eigene Schuld, sage ich mal. Den Ausschlag für deine bevorzugte Spielphilosophie liegt in deiner Trainer-DNA. Ich habe euch zum Eingang dieses Schaubild gezeigt, also diese Trainer-DNA zahlt darauf ein. Es gibt statische Einflussfaktoren und flexible Einflussfaktoren, die dann letztlich zu dieser Ausprägung führen. Deine Trainer-DNA setzt sich aus deinen Fähigkeiten, aus deiner Persönlichkeit, aus deiner Spielphilosophie und deinem Trainerprofil zusammen. Und zu guter Letzt dann so ein bisschen ein kleiner Appell, du solltest dir intensive Gedanken dazu machen, welche Spielphilosophie du favorisierst, denn daran richtet sich eigentlich dein komplettes Trainer-Dasein aus. Wenn wir über ein Profil von uns Trainern sprechen, wenn wir vielleicht jetzt momentan auch gerade mal keinen Verein haben, fragt euch wirklich mal, für was steht ihr? Seid ihr vielleicht eher der emotionale Typ? Wie ist eure Wahrnehmung, auch von draußen? Und das ist, glaube ich, dahingehend eine wichtige Sache, dass wir die Zeit dieser Pandemie jetzt möglichst gut nutzen. Hoffentlich gibt es bald wieder Fußball, aber das ist eine gute Zeit, jetzt eigentlich sich so ein bisschen auch neu zu erfinden oder sich auch mal wieder so eine Retrospektive zu Gemüte zu führen. Gut, dann wäre ich an der Stelle am Ende mit meinem Vortrag und ich hoffe noch einigermaßen in der Zeit. Vielen Dank, Marc. Es gibt uns aber die Möglichkeit, die Fragen zu beantworten. Wenn noch Fragen sind, schickt sie mir jetzt gerne noch auch über den Chat, aber ich habe auch schon einige hier drin. Nur warten Sie mich jetzt auf den letzten Brügger, weil dann kann es sein, dass wir nicht mehr alle durchgekommen. Zunächst mal, über welche Zeitraum erstrecken sich denn die Stufen des Prozesses vom Autoritätsaufbau, wenn man das denn überhaupt zeitlich definieren kann? Super Frage. Das ist wahnsinnig individuell. Da kommt es natürlich an. Ich würde mal behaupten, dass ich zum Beispiel, wenn ich im Jugendbereich tätig bin, natürlich deutlich einfacher und schneller eine Autorität aufbauen kann, als wenn ich vielleicht irgendwo in den Profiligen dann aktiv bin, wo ich vielleicht auch mal so ein bisschen kritischer hinterfragt werde. Also es ist wahnsinnig individuell, aber es kommt ja auch immer darauf an, wo steige ich momentan ein. Also ich glaube, bei der Autorität geht es erst mal darum, dass ihr euch selbst so ein Stück weit einschätzt, wo steht ihr denn heute und wo wollt ihr dann hin? Weil es gibt ja auch ganz einfach Kolleginnen und Kollegen von euch, die wollen gar nicht in die Entwicklungsstufe 3 reinkommen, weil sie sagen, Mensch, so viel Verantwortung möchte ich gar nicht abgeben. Also das konkret zu beantworten, ist wahnsinnig schwierig. Kommt auf dich als Trainer an und kommt natürlich auch auf deine Mannschaften an, die du trainierst. Und du hast über die Rolle des Trainers gesprochen und auch von der Aufgabenteilung mit dem Pro-Tainer. Ja, gibt es da irgendwie so eine Aufgabe, wie du referierst nach dem Motto, Bilder, 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 Bilder? Ja gut, ich glaube, also jeder, der im Trainerteam schon mal zusammengearbeitet hat, hat die Karte auch schon mal gespielt. Ich glaube, die macht auch gerade für die Motivation dann auch immer mal wieder Sinn. Ja, ich kann mich da auch in meiner Spielerzeit noch an das eine oder andere Training erinnern. Abschlusstraining vom ersten Rundenspiel, alle Vorbereitungsspiele gewonnen und dann hat der Trainer oder der Co-Trainer da nochmal schön Zunder reingelassen, dass man da nicht zu überheblich ins erste Spiel reingeht. Ja, tatsächlich gibt es so eine Vorlage, die wir bei uns zum Beispiel unseren Teilnehmern auch im Rahmen dieser Erarbeitung dieser Trainer-DNA zur Verfügung stellen, wo wir einfach mal exemplarisch 40 oder 50 Aufgaben festgelegt haben. Und das Entscheidende, glaube ich, bei der Aufgabenverteilung ist eine Sache. Ihr könnt da ja auch relativ pragmatisch vorgehen. Fragt euch einfach mal selbst und geht da wirklich bis ins kleinste Detail, welche Aufgaben fallen denn überhaupt an? Und da geht es, ich weiß nicht, wir haben alle Ligen sicherlich mal dabei, aber manche müssen sich auch noch um ein Zeugwart und so weiter kümmern. Aber fragt euch wirklich mal, welche Aufgaben existieren denn überhaupt? Und dann definiert einen Verantwortlichen. Den Tipp kann ich euch auf alle Fälle geben, weil ganz häufig sind Aufgaben zugeteilt für das Trainerteam. Und dann, wie immer, da sind alle gemeint und jemand fühlt sich konkret dafür verantwortlich. Also wenn ihr Aufgaben habt, definiert einen Verantwortlichen. Der muss das nicht bis ins kleinste Detail selbst ausführen, aber der ist dafür verantwortlich, dass die verschiedenen Spezialisten, genauso mache ich es auch mit dem Staff. Mein Co-Trainer oder die verschiedenen Spezialtrainer, Athletiktrainer, Torwarttrainer, muss vielleicht nicht alles ins letzte Detail selbst machen, aber der ist dafür verantwortlich, dass gewisse Qualitätsrichtlinien eingehalten werden. Und den Tipp kann ich euch an der Stelle geben. Einen Verantwortlichen pro Aufgabe definieren und das dann auch einfordern. Du hast ja gesagt, das Thema ist ja rufmannreich und natürlich ist das jetzt in diesem rechtlichen Thema nicht wirklich alles. In der Realität zu sprechen, gibt es von dir eine Empfehlung für die Trainer, die sich da weiter zu interessieren, tiefere Einblicke in das Thema zu bekommen? Ja, also es gibt, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von den Videos vom DFB mittlerweile, was so Leadership angeht. Da spielt das auch immer wieder eine Rolle, weil sich Leadership natürlich auch sehr stark mit euch als Person befasst. Das heißt also, ganz häufig, wie legen wir denn grundsätzlich eine Spielphilosophie fest? Wir sehen irgendwo was medial in den Profiligen und übernehmen dann gewisse Dinge für uns. Und es ist auch gut, dass wir uns immer wieder neue Ideen und Impulse holen. Aber ich glaube, bei einer Spielphilosophie, und deshalb habe ich diesen Vortrag auch die Trainer-DNA genannt, weil ich glaube, der erste Punkt, wo das Initial startet, sollte nicht irgendwo anders sein, sondern sollte bei uns persönlich liegen. Wie sind denn wir als Trainer eingestellt? Welche Art und Weise des Fußballs wollen wir überhaupt spielen lassen? Und wenn wir das dann haben, dann können wir, wie gesagt, aus dieser Perspektive, aus diesem Startpunkt heraus, eine Spielphilosophie und so ein bisschen erarbeiten. Wie gesagt, Leadership ist richtig gut. Es gibt verschiedene Medien auch dazu bei YouTube. Ihr bekommt ja auch im Nachgang hieran ein kleines Handout. Ihr seid auch alle herzlich eingeladen. Ihr findet auf dem Handout auch meine Kontaktdaten. Also wer da weiterführende Informationen genau zu dem Prozess in der Tiefe haben möchte, kann sich jederzeit gerne melden, sowohl beim Christoph, die haben die Kontaktdaten, als auch bei mir, wie gesagt, auf dem Handout steht es drauf. Das ist ein Prozess, der geht in der Regel bei unseren Teilnehmern über sechs Monate. Ich habe das jetzt, wie du sagst, Christoph, versucht herunterzubrechen, auf das Wichtigste, euch auch möglichst viele Beispiele schon zu nennen, dass ihr euch da für euch das Wichtigste rausziehen könnt. Aber klar, was normalerweise sechs Monate dauert, so eine Spielphilosophie zu erarbeiten, ist jetzt schwer, 90 Minuten zu vermitteln. In der Praxis steht ja die eigene Spielphilosophie gegen die Zielqualität und die Gegnersperke. Kann man denn eine Spielphilosophie über die gesamte Saison Wursch ziehen und daran festhalten? Habe ich ja schon gesagt. Ich kann, also das sind für mich zwei getrennte Blöcke. Ich kann definitiv, und das sollte ich auch, ich kann eine klare Vorstellung von dem haben, wie meine Spielphilosophie aussieht und wie ich, wie meine Mannschaft agieren soll. Aber wir alle leben in der Realität und nicht in irgendeiner Seifenblase und natürlich irgendwann, wenn es um Aufstieg und Abstieg geht, dann heiligt der Zweck die Mittel und ich glaube, da sind wir alle nicht vorgefeit, wenn ich in der 85. Minute, wenn ich grundsätzlich einen offensiven Fußball spielen lassen möchte und in der 85. Minute schieße ich es 1-0, dann sind wir alle auch ehrgeizig genug, um das Spiel dann letztlich gewinnen zu wollen und dann stelle ich natürlich auch Defensive auf. Das eine bedingt nicht zwangsläufig das andere. Ich brauche für mein Verständnis eine Spielphilosophie, ist zunächst mal eine klare Struktur, einen klaren Plan, den ich meiner Mannschaft mit auf den Weg geben möchte. Und je nach Spielsituation, je nach Gegner, es gibt ja auch zum Beispiel, ich habe einen Fachvortrag von Julian Nagelsmann gehört, bei RB, die machen das ja wahnsinnig gegnerorientiert zum Beispiel, dass die das wahnsinnig gegnerorientiert und gegnerlastig ausrichten. Das heißt also, da wechseln ja mitunter 5, 6 Spielerpositionen, die wechseln im Spiel 3, 4 Mal die Formation. Das ist einfach ein wahnsinnig hohes Level. Aber dahingehend sage ich auch, Grundformationen, Spielergebnisse sind ein bisschen wegzuführen von der Spielphilosophie. Denn warum kann Julian zum Beispiel unterschiedliche Spielsysteme und Formationen während des Spiels auch einsetzen? Weil die Philosophie, wie agiert die Mannschaft nach einem Ballverlust, wie agiert die Mannschaft nach einer Balleroberung, die zieht sich wie so ein roter Faden durch das komplette Trainerdasein, durchs Training, durchs Coaching, durchs Spiel. Das ist mehr oder weniger wie so eine Blaupause. Ihr als Trainer seid irgendwo der Architekt und wenn ihr keinen Plan habt, wenn ihr euren Spielern keine Vorgaben macht, dann überlasst ihr es dem Zufall, wie der Spieler agieren soll. Und das muss ich als Trainer immer wieder einfordern und deshalb habe ich auch von dieser Rolle gesprochen, von dieser wichtigen Rolle, die wir einnehmen. Weil wenn wir es nicht kommunizieren und wenn wir es nicht in einer gewissen Art und Weise vorgeben und einfordern von unseren Spielern, dann macht jeder, wie er denkt und dann wird es eher weniger abgestimmt sein. Also von dem her, ich glaube nicht, dass das eine das andere ausschließt, aber natürlich gibt es immer wieder Argumente und Gründe, warum ich von meiner gewählten Spielphilosophie dann mal punktuell abweiche, aber vom Grundprinzip her ist das die Basis. In welchen Räumen und Zeiten generierst du deine Klarheit und in welcher Form evaluierst du die Anstrengung? Ich glaube, dass das so ein bisschen auch auf die entwickeln, lernen und testen Folie so ein bisschen einzahlt, die Frage. Auch da gute Frage, schwierige Frage zu beantworten. Ich bin ein großer Freund davon, Dinge sehr schnell in der Praxis anzutesten. Das heißt, diese Gedanken machen, das würde ich einmal grundsätzlich machen und da würde ich mir auch wirklich die Zeit lassen. Gerade deshalb, das ist jetzt bei uns in der staatlichen Ausbildung, nutzen viele Trainer jetzt eben die Zeit, weil die klassischen Fort- und Weiterbildung jetzt eben ziemlich ausgesetzt sind oder eben nur online stattfinden können. Und da ist es ganz einfach so, dass wir uns am Anfang mehr Zeit nehmen, uns da einmal wirklich grundsätzliche Gedanken zu machen und dann geht es das Ganze darum, schnell auszuprobieren. Weil das ist auch irgendwo so ein bisschen Trial and Error, zu schauen, was passt denn überhaupt zu mir. Weil in der Theorie, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Herausforderung an diesem Thema, das ist natürlich jetzt alles wahnsinnig theoretisch und es hört sich alles schön an, Spielphilosophie, Trainer-DNA, Aber wie sagte ein bekannter Kollege, die Wahrheit liegt auf dem Platz, für drei Euro ins Rasenschwein. Wir müssen das Ganze umsetzen. Und je schneller ich das Ganze mit meiner Mannschaft auch ausprobiere, desto schneller merke ich als Trainer, ob ich mich mit der einen oder mit der anderen Sache auch wohlfühle und ob sich meine Mannschaft dann auch wohlfühlt. Ich würde niemals irgendwie blindlings was drüber stülpen, weil das sowieso nicht von Erfolg gegrünt ist. Also dieser Evaluierungsprozess findet bei mir in jedem Training, in jedem Spiel statt. Ihr macht eure Trainingsvorbereitung, ihr plant die Inhalte, ihr macht eine Trainingsnachbereitung und bei dieser Trainingsnachbereitung würde ich euch empfehlen, nicht nur Spielerleistungen zu dokumentieren, sondern auch eure Leistungen in Bezug auf Coaching, Ansprache. Macht euch auch da, ich arbeite wahnsinnig gern immer noch mit Checklisten. Wir Trainer neigen dazu, alles vor der kompletten Mannschaft zu besprechen, aber die Möglichkeit einer Gruppen- oder Einzelansprache mache ich immer weniger. Auch dort nehme ich mich im Training genug raus, um das eben zu evaluieren und nehme mal die Beobachtungsperspektive ein. Oder bin ich dann nur am Coachen und Kommunizieren, auch dort zuhören wieder, ist dort wichtig. Ich glaube, dass das eigentlich eine gute Balance sein muss. Aber für mich, der Evaluierungsprozess findet für mich permanent ständig statt. Nach jedem Training, nach jedem Spiel konnte ich die Inhalte, die ich mir vorgenommen hatte, umsetzen und zahlt das wieder auf meine Spielphilosophie ein. Und wie erfolgreich war das auch? Nochmal eine Grundfrage zu dem Entwicklungsstufenmodell der Autorität. Sind diese Stufen so festgelegt, dass eine nach der anderen erreicht werden muss? Oder ist es eher ein dynamischer Prozess, der nicht auch mal wieder einen Rückschritt und dann wieder nach vorne geht? Super Frage. Die Übergänge per se, das werdet ihr auch gemerkt haben, die sind recht fließend. Ja, weil ihr werdet vielleicht euch wiedergefunden haben, dass ihr bei der Entwicklungsstufe 3 vielleicht schon ein oder zwei Parameter berücksichtigt, aber vielleicht aus der Entwicklungsstufe 1 noch einzelne Komponenten noch gar nicht berücksichtigt. Deshalb, die Übergänge sind fließend, aber das habe ich vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Es wird einfach schwer sein. Ihr müsst schauen, und so würde ich es auch strukturieren. Wo findet ihr die meisten Überschneidungen von dem, was ihr heute seid, von der Autorität, die ihr heute euren Spielern gegenüberbringt und wo seid ihr am wenigsten? Und dann würde ich sagen, nähert euch an. Also schaut euch an, in welcher Phase seid ihr und welche vorgenagerten Phasen, welche Punkte gehören da dazu? Und arbeitet zunächst mal an denen, weil letztlich könnt ihr euch das so vorstellen mit der Autorität. Das ist so wie ein Puzzle. Je mehr Teile ihr aneinanderreit, desto ein größeres Gesamtbild ergibt sich im Endeffekt. Und es muss gar nicht das Ziel sein, wenn ihr heute in Entwicklungsstufe 1 seid, morgen auf Entwicklungsstufe 3 zu sein, sondern auch dort wieder der Weg ist das Ziel, dass ich mir über einen gewissen Zeitraum dort eben die Autorität erarbeite und aufbaue. Und deshalb würde ich schon sagen, also ganz konkret, es wird schwer sein, von Entwicklungsstufe 1 auf direkt 3 zu springen, weil das irgendwo auch nicht mehr authentisch wäre und die Spieler mich auch nicht mehr so richtig kennen. Was allerdings, kurze Einschränkung, eine gute Möglichkeit ist, vielleicht wechselt ihr im Sommer den Verein. Und wenn ihr euch jetzt grundlegende Gedanken macht, das sage ich auch zu unseren Absolventen immer wieder sehr, sehr gerne. Wenn ihr euch jetzt Gedanken macht über eure Spielphilosophie, dann macht euch vielleicht auch mal darüber Gedanken, nicht darüber, welcher Trainer seid ihr heute und wie agiert ihr heute, sondern welcher Trainer wollt ihr morgen sein und richtet euer Handeln auch so ein Stück weit danach aus. Das heißt also, seid nicht der Trainer, der ihr heute seid, sondern der, die ihr morgen sein wollt und handelt danach. Und das leitet sich dann alles so ein Stück weit ab und dann entsteht diese Autorität nicht hierarchisch oder Gesetz eurer Position, sondern das ist, wie gesagt, eine sich aufbauende und entwickelnde Autorität und deshalb eher stufenweise. Bei der nächsten Frage ist mir nicht ganz klar, worauf es abzielt. Ich stelle es trotzdem ab. Wenn ich meine Spieler in so ein Format brücke, verliert man bei den Spieler nicht die Leichtigkeiten, die die Straßenspieler spielen, dass er die Noten und die Noten und die Noten angeht? Ich verstehe die Frage. Ich würde aber, und das habe ich auch das ein oder andere Mal gesagt, ich würde eine Spielphilosophie oder Spielidee nicht verwechseln mit einem festen Raster. Also ich würde meinem defensiven Mittelfeldspieler niemals sagen, du darfst nur den und den Ball spielen, sondern es geht darum, ihm Lösungsmöglichkeiten letztlich anzubieten. Und wir wollen den Spielern gewisse Dinge abnehmen, damit sie sich auf andere Dinge mehr und besser konzentrieren und fokussieren können. Wenn also meine Spieler wissen, dass nach einer Balleroberung der erste Blick nicht quer, nicht zurück, sondern nach vorne ist, dann ist es irgendwo ein Automatismus, über den die Spieler dann irgendwann nicht mehr nachdenken müssen. Das heißt, ich gebe den Spielern mit einer Spielphilosophie Hilfsmittel mit an die Hand, um ihnen gewisse Dinge abzunehmen, damit sie eben mehr Platz und mehr Freiheit für ihre eigene Kreativität, für ihre Risikobereitschaft, war vorhin so eins der Worte, die ich benutzt habe, dass es eben darauf viel mehr einzahlt. Also von dem her, für mich gibt es da keine Diskrepanz dazu, sondern für mich ist es ganz einfach eine Erleichterung für die Spieler. Und wir sprechen hier bei einer Spielphilosophie, und deshalb habe ich vorhin auch nochmal die Definition verwendet. Wir sprechen hier nicht über Grundordnungen, wir sprechen nicht über Formationen. Denkt nochmal an das Beispiel von Julian mit RB. Die Grundformationen, die taktische Ausrichtung, die Spieler, die wechseln, aber die zugrunde liegende Spielidee, die bleibt gleich. Und vor dem Hintergrund glaube ich nicht, dass wir die Spieler damit einengen, sondern wir erleichtern es ihnen und schenken ihnen im übertragenen Sinne sogar mehr Freiheit, dass sie sich eben auf die wichtigen Sachen dann mehr fokussieren können und gewisse Automatismen in unserem Spiel mit drin ist. Hast du aus der Praxis Hilfen benennen, die helfen, um sich die eigene Trainerpersönlichkeit zu reflektieren? Ja, ganz viel sprechen. Ganz, ganz viel sprechen. Wir als Trainer sind geneigt, wahnsinnig viel Feedback von uns nach außen zu geben. Aber ich sage jetzt mal, außer wenn wir unsere Trainerlizenzen absolvieren oder sonst irgendwas bekommen, wir relativ wenig Feedback. Haltet Rücksprachen. Habt ihr irgendwie Schuhe fixes mit euren sportlichen Leitern, mit euren Jugendleitern, mit euren Verantwortlichen? Sprecht ihr regelmäßig? Habt ihr einen offenen und ehrlichen Austausch? Und da ein großer Tipp. Geht mit gutem Beispiel auch dort voran. Ihr könnt jetzt sagen, Mensch, ich als Trainer bin noch nicht dafür verantwortlich, dass ich auf meinen sportlichen Leiter zugehe oder zu den Verantwortlichen und sage, ich möchte regelmäßig ein Gespräch. Macht es mal. Und ihr werdet sehen, dass sich da wirklich was Tolles draus entwickelt. Wenn wir was wollen, dann sind wir immer so ein bisschen dazu geneigt, ja, Schuster bleib bei deinen Leisten und ich bin großer Freund davon, einfach mal Dinge auch dort wieder auszuprobieren. Viel mit Leuten sprechen, mit euren Trainerkollegen. Und wenn wir gerade über Persönlichkeit sprechen, da ist auch mal der Blick über den Tellerrand hinaus wahnsinnig spannend. Ja, was ich auch gerne mache, sind so andere Sportarten, mich mal in Fort- und Weiterbildung von anderen Sportarten mir anzuschauen und mich reinzusetzen. Es gibt jetzt wahnsinnig viele Formate von anderen Sportarten. Was können wir denn von anderen Sportarten mitnehmen? Ja, weil die Persönlichkeit, die ist nicht fußballspezifisch so stark eingegrenzt. Da sind wir vielleicht in anderen Bereichen. Ja, durch den Bernhard Peters ist auch so ein bisschen der Hockey mehr rein, die psychologisch schon viel, viel weiter waren, als wir im Fußball vor geraumer Zeit. Das hat jetzt im Fußball so ein bisschen Einzug gehalten, was ich begrüße. Also Austausch, Dialog, kommuniziert, fragt auch nach Feedback. Und da eben auf verschiedenen Hierarchie-Ebenen. Fragt Spieler, wo ihr von der Hierarchie weiter oben seid. Fragt eure sportliche Leitung, eure Vereinsführung und fragt Kollegen, die auf der gleichen Ebene von euch stehen. Und dann geht es nicht darum, eine absolute Meinung zu haben, weil im ersten Moment fühlt sich das auch so ein bisschen kränkend vielleicht an, wenn man da offen und ehrlich dann auch mal was hört, sondern nehmt es auf und wie heute auch, nehmt euch das Wichtigste raus für euch, was für euch anwendbar und nutzbar ist. Letzte Frage, Marc. Dann haben wir alle ruhig. Du hast über die persönliche Fähigkeit des Trainers den Umgang mit Ziegen Niederlage genannt. Wie soll dieser denn aus reiner Sicht optimalerweise aussehen? Da muss ich, oder da kann sich auch jeder mal selbst fragen, wie gehe ich denn im Erfolgsfall um und wie gehe ich dann eben mit Niederlagen oder Misserfolgen um? Und da ist es ganz häufig so, dass wir als Trainer so ein bisschen antizyklisches Verhalten an den Tag legen müssen. Ich glaube, dass das eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, persönlich und psychologisch da auch auf die Jungs einzuwirken, weil ich glaube, natürlich haben wir innerhalb unserer Mannschaft auch die wahnsinnig reflektierten Typen mit dabei, die das schon sehr gut einordnen können. Aber ich glaube, gerade als Trainer geht es auch immer so ein bisschen darum, gegenzusteuern. Das heißt, ich glaube, wir sind alle irgendwo so kleine Perfektionisten, die selbst bei einem 5 zu 0 Sieg irgendwo noch so ein paar Verbesserungsmöglichkeiten sehen. Und auf der anderen Seite, wenn wir verlieren, ist es ganz einfach so, dass wir auch immer noch die guten Dinge sehen. Also, da wäre mein Tipp einfach so ein bisschen freier vom Ergebnis zu machen, so gut es geht. Ich weiß, gerade im bezahlten Fußball, wo der ein oder andere Kollege ja auch dabei ist, da irgendwann helfen dir halt nur noch Ergebnisse und Siege. Aber es geht so ein bisschen darum, die eigene Stimmung und das Miteinander und mein Verhalten losgelöst von den eigentlichen Ergebnissen zu sehen, sondern mehr mit der Leistung. Weil aus meiner Sicht, Glück und Pech spielt immer wieder eine Rolle bei Fußballergebnissen. Aber ich glaube, dass positive Ergebnisse und eine positive Entwicklung irgendwo eine Folge von guten Leistungen letztlich ist. Und darauf sollte man mehr den Fokus legen. Okay, dann vielen Dank, Marc, für deinen interessanten Vortrag. Vielen Dank, dass du dir die Zeit heute noch hast. Du uns auch ein Eindring in deiner Sicht der Dinge gegeben hast und in die Trainer-DNA wie du sie aufbaust. Danke auch, dass du die Zeit gut eingeleitet hast und dadurch die Möglichkeit gegeben hast, alle Fragen noch zu beantworten. Und dann ist es immer sehr hilfreich für alle Trainerinnen und Trainer. Also vielen Dank nochmal und wir machen jetzt auch bis 11 Uhr, dann geht es weiter. Bis gleich. Dankeschön. Ciao.